Hey, hey, hey ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Wir machen heute gemeinsam Trigger Words, Trigger, Trigger, Trigger Words auf Bulgarisch. Ich weiß, dass sich jetzt viele Freunde werden, die Bulgarisch sprechen. Und für die anderen, die es nicht verstehen, keine Sorge, ich werde es direkt übersetzen. Also, let's begin. Let's begin. Let's begin. Und das erste Wort lautet Eilag. Eilag, Eilag, Eilag. Eilag. Eilag bedeutet so viel wie, dass etwas geil ist, so würde ich das jetzt übersetzen. Eilag, Eilag, Eilag. Und ihr könnt mal versuchen, das auszusprechen, dass da geht's so richtig auf der Zunge. Eilag, 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 Eilag. Eilag, Eilag, Eilag. Das ist ein geiles Wort. Dann haben wir Chabanki. Chabanki. Ch-ch-ch. Ch-ch-ch. Chabanki. Und Chabanki bedeutet, ah, Flip Fluffs. Ja, so, Schuhe, offene Gummischuhe würde ich sagen. Ja. Können vielleicht auch zu sein, so wie Crocs. Das würde auch gehen. Aber Chabanki, Chabanki. Chabanki sind so für mich günstige Schuhe, die du so am Strand trägst oder die du vielleicht irgendwo bei dir zuhause trägst. Das sind Chabanki. 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 Okay. The next trigger, third word, third word, trigger word is. Maletschner Panizza. Okay. Maletschner, 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 Maletschner Panizza. Maletschner Maletschner Panizza. Also Panizza ist ein Gepäck aus Blätterteig. Das ist gefüllt mit Schafskiese. Maletschner Panizza. Maletschner Panizza heißt eine sehr saftige, cremige Panizza. Maletschner Panizza. Also mit, ja, mit Schafskiese so gefüllt, ja. Ich glaube, die gibt es vielleicht auch mit, ähm, mit Spinach. Jetzt fällt mir das auf deutsche Wort nicht ein. Also Maletschner Panizza. Maletschner, Maletschner ist eine saftige, cremige Panizza mit Milchprodukten drin. Maletschner, 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 Maletschner Panizza. Dann haben wir ja, подарk, 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 подарk. Heißt, geschenk. Ich habe das ein Bucht, das ist ein Buh, das ist ein Buh, das ist ein Buh So, jetzt kommen ein paar sehr bekannte Wörter, die kommen später, die kommen später Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Religion, weil ich finde natürlich das R und das L, lässt sich das auch richtig gut aussprechen dann haben wir Das heißt warte, aber das wird halt öfters benutzt, also das ist nicht nur um zu warten, so wie im deutschen Namen, man sagt einfach so warte mal, wobei die Person vielleicht gar nicht warten soll, sondern das ist einfach nur so ein Platz halt. Dann haben wir Nastrave, 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 also Brust, Nastrave, Nastrave. Und ich mache jetzt hier so eine Arbeit, das ist, das ist bloß gar nicht. Nastrave, 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 Nastrave. Nastrave, 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 Nastrave. Richtig schön ausgerollten Tönen, die man dann als Wein wickelt. Genau. Ich liebe diese Worte. und dann habe das Verbindung mit Nastrave. Dann haben wir Kontrolleur. Kontrolleur ist Schöpner. Kontrolleur. 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 Und kontrolior, das ist dann auch der Sufix, der das Verb zum Nummer kontrolior. Kontrolior, 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 kontrolior. Der oder das Sufix, weil du weißt, wie ich das? Kontrolior, 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 kontrolior. Nächste hier, klatschma, 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 klatschma. Klatschma ist sowas wie Kneipe, Kneipe, genau. Aber für mich ist es nicht so eine deutsche Kneipe. So eine, ja, verrauchte, verrauchte und nicht so eine Bierkneipe, sondern so eine Kneipe mit vielleicht ein bisschen Livemusik. Oder wo man auch tanzt abends. Also nicht so wie eine deutsche Kneipe, sondern so eher ein bisschen anders. Aber ungefähr ist es gleich. Klatschma, 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 klatschma. Aber eigentlich gehört dazu schon so ein bisschen tanzen und vielleicht auch Livemusik. oder wo es nicht so ist, wenn ich kratzma, klatschma, 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 klatschma. Dann haben wir Cervilo. Cervilo, 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 Cervilo. Das ist abhühweig schon drauf. Ich nehme Stift. Ich nehme Stift nach das. Cervilo, 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 Cervilo. Cervilo, 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 Cervilo. der ist ja auch ein paar Nöss Pride. Dann heißt es, ja, sagst es euch schon. Cervilo, 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 Cervilo. Cervilo, 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 Cervilo. um, dann we have klila 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 heißt flücke klila 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 klила klila 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 und dann wird es anders betont also klila auch das i die betonung dann ist das die Vergangenheitsform die weibliche Vergangenheitsform von Verstecktem Verstecktem Aber wir bleiben bei Kliwa. Kliwa, 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 Kliwa. Next one. Kisilvumlaku. Kisilvumlaku. Kisilv, 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 Kisilvumlaku. Heißt eigentlich, ähm, ja, Naturjoghurt. Heißt so, so ein bisschen säuerlicher, Naturjoghurt. Heißt Kisilvumlaku. Also, Wort für Wort übersetzt heißt das saure Milch. Saure Milch, aber es ist wie Joghurt. Also es ist Joghurt. Kisilvumlaku. 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 Regisalen, das ist ein Adjektiv für eine Person, die sehr viel ausstrahlt, die so eine gewisse Ausstrahlung hat, so eine freundliche, ja, warme Ausstrahlung, würde ich sagen, die so einfach nach außen strahlt, ja. Das ist das Lügesalen, L, J, A, S, A, R, E, no, Lügesalen, Lügesalen. Leut, 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 leut leut, leut leut leut, leut leut leut. Dann haben wir zwei Werte. beelichka und rachika beelichka 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 Biritschka und Rekika. Biritschka und Rekika. Also Biritschka ist die Versüßungsform, also der Diminutiv von dem Wort Pira. Das bedeutet Bier. Biritschka und Rekika ist sowas wie Iraki und das ist dann auch wieder der Diminutiv, weil genauso wie im Spanischen oder viele andere Länder benutzt man die Versüßungsform, die Verkleinerungsform viel, viel öfter als im Deutschen. Und vor allem benutzt man das bei Dingen, die man so lieb hat. Beim Deutschen kann man jetzt schwer sagen Bierchen oder so, also ja, Bierchen, das wird vielleicht nur okay, ne? Ich finde, das klingt dann einfach nicht so gut, so, aber ja, wir benutzen die Verkleinerungsform sehr, sehr oft. Also Biritschka, Biritschka, Rekika, Biritschka, Rekika, Biritschka, Rekika, Biritschka, Rekika, Biritschka, Rekika. Dann haben wir Chlap. Chlap, 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 Chlap. Das heißt beruert. Das ist in anderen Sprachen auch, in anderen slawischen Sprachen auch so ähnlich. Ich kenne das noch als Chlap. Chlap, 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 Chlap. Jetzt überlege ich, wie ich das übersetzen kann. Das heißt so viel wie, das ist ein geschaffenes, etwas, was geschaffen wurde, ein Kunstwerk, ein Werk. Ja, so finde ich es. Nein, ein Werk. Du wolltest du, du wolltest du und du wolltest du und du wolltest du. Aber das benutzt man doch schon eher für besondere Werke. Also jetzt nicht, wenn ich, keine Ahnung, irgendwas erstellt habe. Und dann nenne ich das jetzt du wolltest du. Das ist eher so für ganz besondere Dinge. Dann haben wir noch mein Lieblingswort, was keiner aussprechen kann. Naja, ich glaube, die anderen kann man auch nicht so gut aussprechen. Das heißt Dankeschön. Aber viele tun sich damit immer richtig schwer. Also, P, W, A, K, O. Jetzt habe ich das Kifant geschrieben. Also, wie das, egal, ich habe das falsch hergeschrieben, das deutsche, ja. Und, ja, ja, P, W, O, T, R, U, T, R, U, T, R, U, T, R, U, T, R. Oder, das A wird vielleicht so ein bisschen auch wie ein Ur ausgesprochen. Ähm... P, W, W, T, R, U, T, R, U, T, R, U, T, R ... Ich glaube, das ist vielleicht so dieser Schwa-Laut, wie z.B. auch bei vielen deutschen Endungen wie Kälte, äh, Kälte, Plagodaria, Plagodaria, ungefähr. Also es ist kein offenes A, Plagodaria, sondern es ist Plagodaria. Plagodaria, 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 Plagodaria. Plagodaria, 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 Plagodaria. Und das letzte Wort lautet, LuBov. LuBov, 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 LuBov. Ja, auch ein klassisches Wort, wobei wir auch OBITCH sagen können. OBITCH, OBITCH, für Liebe. OBITCH, OBITCH, OBITCH. und LuBov, 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 LuBov. Was war euer Lieblingswort, wenn ihr überhaupt so weit gekommen seid? Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns bald, 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 bald wieder. Ich wünsche euch ganz viel Liebe und sehr vielen Dank für's Zuschauen. Ciao, ciao, ciao.